Die Preseason liegt hinter uns. Was sind die Eindrücke, die so aus der Preseason gewonnen werden konnten? Zunächst einmal gab es viele neue Spieler zu integrieren. Wir haben viel Zeit in der Halle verbracht, hatten in Zlatibor ein sehr gutes Trainingslager in Serbien. Wir haben sehr viele gute Spiele gehabt und uns gut weiterentwickelt. Natürlich wurden wir zwischenzeitlich auch mal wieder von kleineren Verletzungsproblemen zurückgeworfen. Die geilt es für uns ein bisschen zu kompensieren. Jetzt habt ihr auch schon das erste Pflichtspiel gehabt, den Champions Cup gegen die Brose Baskets aus Bamberg. Das Spiel ging leider verloren. Was nimmt man trotzdem für Rückschlüsse aus so einem Spiel mit? Auf jeden Fall war das nochmal ein Gegner auf einem sehr hohen Niveau, was natürlich für uns auch eine sehr gute Vorbereitung für das Münchenspiel ist. Insofern, mit dieser Athletik und dieser Aggressivität, die Bamberg zu Berg gegangen ist, war das einfach eine Top-Vorbereitung. Wir dürfen jetzt nicht die Köpfe in den Sand stecken, weil wir ein Spiel verloren haben. Sondern eben, was wir auch gemacht haben, das Spiel analysiert, die positiven Sachen mitnehmen und jetzt gegen München das zu unserem Vorteil nutzen. Du hast es schon angesprochen, nächster Gegner bzw. erster Gegner in der Saison ist der FC Bayern München Basketball. Du hast selber dort auch schon mal gespielt. Ist das für dich irgendwas Besonderes gegen München zu spielen? Es ist schon ein Stück weit immer etwas Besonderes gegen einen alten Verein zu spielen. Klar lässt das mit der Zeit immer mehr nach. Im ersten Jahr ist man noch immer super gehypt. Aber natürlich ist es trotzdem etwas Besonderes. Aber dieses Mal kommen ja auch noch ein paar andere Faktoren dazu. Dass es das erste Spiel der Saison ist, da ist man natürlich auch immer noch besonders motiviert. Und München ist einfach auch einer der absoluten Top-Gegner in der Liga. Und da hat man auch immer nochmal so ein, zwei Prozent mehr Energie. Ich glaube, am ersten Spieltag gegen eine größere Mannschaft zu spielen, ist immer irgendwo ein Vorteil für den vermeintlichen Außenseiter. Weil am ersten Spieltag eigentlich immer viel Überraschungen möglich sind und es immer noch ein bisschen unplanmäßig alles zurande geht. Und ja, München hat auch viele Spieler jetzt bei der EM. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns die Videos angeschaut, jetzt auch von den letzten Spielen, wo sie beisammen waren. Und sahen auch schon wieder sehr, sehr gut und sehr strukturiert aus. Also wir sind auf jeden Fall der Außenseiter. Aber insofern hoffen wir, dass wir dieses Überraschungsmomentum vom ersten Spieltag für uns nutzen können. Wir sind auf jeden Fall der Außenseiter. Wir sind auf jeden Fall der Außenseiter.